Heute im Blickpunkt das große Fressen auf der Suche nach der verlorenen Esskultur. Viel Lärm wird auch um ein anderes Thema gemacht. Ernährung. Der neueste Skandal um Keime und Antibiotika in Hühnerfleisch liegt erst ein paar Tage zurück und ist noch lange nicht geklärt. Und wieder stehen wir vor der Frage, was kann man eigentlich noch guten Gewissens zu sich nehmen. Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner kümmert sich jetzt persönlich drum. Zum Start der Grünen Woche, der weltweit größten Ernährungsmesse in Berlin, hat sie die Green Economy ausgerufen und eine Charta entworfen. Für eine Landwirtschaft ohne Tierleid und Monokulturen. Tierschützer und Ernährungswissenschaftler hören wohl, allein ihnen fehlt der Glaube. Hier kann auch eine Ministerin einfach mal genießen. Auf der Grünen Woche in Berlin. Weltweit ist sie die größte Lebensmittelmesse. Doch wird hier nicht nur gegessen, sondern auch über Lebensmittel diskutiert. Im vergangenen Jahr beispielsweise über Dioxin in Eiern und gegenwärtig über Antibiotika in der Tierhaltung. All das hervorgerufen durch eine agrar-industrielle Massenproduktion mit dem Ziel, viel an Lebensmitteln zu verdienen, indem man sie eben durch die Masse billig anbieten kann. Für viele Menschen ist das Einkaufskriterium bei Nahrung der Preis. Sie kaufen so billig wie möglich, Gott sei Dank nicht für alle und der Anteil derer, die auf die Qualität und die Herkunft schauen, steigt. Doch in keinem Land Europas achten die Verbraucher so auf den Preis wie in Deutschland. Nur 11 Prozent ihres Einkommens geben die Deutschen für Nahrungsmittel aus. Bei unseren europäischen Nachbarn liegt dieser Wert teilweise erheblich höher. Wie Pilze sind bei uns die Discounter überall aus dem Boden geschossen. Jeder Deutsche hat mittlerweile einen Discounter, den er in rund zehn Minuten erreichen kann. Viele kennen eigentlich nur noch Discounter für ihren Einkauf. Die Konkurrenz zwischen den Discountern hier bei uns in Deutschland spielt eine starke Rolle dabei, dass die Nahrungsmittelpreise so niedrig und damit die Haushaltsausgaben so niedrig sind. Das Wort Preiskampf lässt sich in andere Sprachen gar nicht übersetzen. Geht es noch billiger, noch geiziger? Der Discounter-Kunde ist extrem preisbewusst. Das hat natürlich Konsequenzen für die Ställe der Landwirte, für die Schlachthöfe. Sie sind zu Industriebetrieben mutiert, damit alles schön billig angeboten werden kann. Am besten in Selbstbedienung aus der Fleischtheke. Immer mehr Masse, immer billiger. Viele Menschen haben diese Entwicklung satt. Und so fand gestern am Rande der Grünen Woche in Berlin eine Protestaktion statt, bei der auch kleine bäuerliche Betriebe auf ihre immer prekärer werdende Situation hinwiesen. Massentierhaltung, das kann auch Konsequenzen für die menschliche Gesundheit haben. Studien haben ergeben, dass bis zu 96 Prozent der Masttiere mit Antibiotika behandelt werden. Über die Lebensmittel können Menschen dann Keime aufnehmen, gegen die Antibiotika-Medikamente nichts mehr ausrichten können. Wenn ich Tiere wie Industriewerkstücke behandle, dann komme ich auch zu Zahlen wie der, dass 5,9 Mal pro Schwein, und das lebt ja nur fünf Monate, Antibiotika eingesetzt werden. Über das System der Haltung müssen wir nachdenken. Wir müssen ökologisch werden und aufhören, industriell Tiere zu halten. Aus diesen Entwicklungen hat Karl-Ludwig Schweißfurt schon 1984 seine Konsequenzen gezogen. Der frühere Schweinegroßschlachter gründete nahe München die Hermannsdorfer Landwerkstätten, wollte damit eine neue, nachhaltige Agrar- und Ernährungsstruktur schaffen. Da was entsteht, eine Pflicht mit den Tieren anständig umzugehen, so gut wie es geht, solange sie leben. Und dafür schenken die Schweine mir am Ende ihres Lebens ein Fleisch. Das ist eine Qualität, wo Menschen förmlich in die Knie gehen und sagen, ach, ist das gut. Doch viele Menschen kennen das so gar nicht mehr, sondern sehen nur den Überfluss, der billig zu haben ist. Da landet einiges in der Mülltonne, allein in Deutschland 20 Millionen Tonnen Nahrungsmittel pro Jahr. Teilweise schon direkt aus den Lagern und Verkaufsregalen der Supermärkte. Ein Problem dabei, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ist es abgelaufen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ein Nahrungsmittel schon verdorben ist. Ich kann doch ein Nahrungsmittel, das abgelaufen ist, eine Milch zum Beispiel noch gut zu mir nehmen, wenn sie nicht sauer ist. Wo soll das Problem sein? Da hängt viel mit Bildung und Bewusstsein zusammen. Da ist eine große Aufgabe zu schultern. Das Äußere einer Ware bestimmt unser Konsumverhalten. Fast die Hälfte dieser Kartoffeln bleibt hier auf dem Acker, weil sie für den Handel zu groß, zu klein oder zu unförmig sind. Alles Themen, die die Agrarpolitik sich mehr zu Herzen nehmen sollte. Weniger ist dann vielleicht oftmal mehr, wenn es gesünder ist und dann vielleicht auch einfach besser schmeckt. Tja, ich kann mit gutem Gewissen genießen. Ne, kann ich nicht. Scherz beiseite. Das können aber wohl die wenigsten von sich behaupten. Denn Sie haben es hier gesehen, die Messlatte für gesunde Ernährung, die sowohl für den eigenen Körper als auch für die Landwirtschaft gut ist, hängt verdammt hoch. Es geht aber. Und nachdem ich einen ganzen Tag Unterricht in Einkauf und Esskultur bekommen habe, sind ein paar einfache Regeln hängen geblieben. Und damit Sie auch was davon haben, hier der Bericht von mir und Kio Mali Jung, der seinen Anfang dort hat, wo wir am meisten leiden, im Alltag. So, und bitte haben wir zehn Minuten. Das schaffen wir. Bis gleich. Tschüss. Es ist alles wie immer. Ich habe fast einen Plan. Es ist fast alles vorbereitet. Ich bin fast angezogen. Und meine Interviewpartner warten. Nur der kleine Hunger, der will nicht warten. Hi. Hallo. Eine für mich. Eins, zwei, zwei, zwei. Senf oder Ketchup? Ach, Senf. Ach, Senf? Eigentlich muss die Wurst weg sein, bis der Ernährungsexperte da ist. Danke. Danke. Zu spät. Es ist mir jetzt schon so ein ganz kleines bisschen peinlich, dass ich hier neben dem Ernährungsexperten stehe mit einer Wurst in der Hand. So, muss mir das peinlich sein? Nein, überhaupt nicht. Ist alles gut. Ja, nee, schon klar. Aber um Ausreden war ich ja noch nie verlegen. Das Problem ist nur, dass wir ja alle so wenig Zeit haben zum Essen. Wir müssen doch wieder lernen, uns etwas Zeit zu nehmen und ausgewogen zu essen. Das gehört einfach dazu. Sonst können wir nicht richtig funktionieren. Was heißt denn ausgewogene Ernährung eigentlich? Dass wir wirklich Frühstück, Mittag und Abend, Brot, die im Tat essen, es vermeiden sollten, dazwischen durch zu essen. Das wird sich automatisch auch reinpegeln. Darauf achten, dass wir wirklich Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette sowie Vitamine und Mineralien haben. Ich habe keine Angst vor den Zutaten. Wollen wir mal einkaufen? Ja, dann schauen wir doch mal. Darf ich die Wurst eigentlich noch zu ernähren? Ja, bitte. Der Wurstverdauungsspaziergang führt uns zum Winterfeldplatz. Einer der berühmtesten Märkte in Berlin. Das riecht doch schon ganz lecker. Wer wirklich frisches Gemüse oder Obst will, der muss auf den Markttag warten. Aber wir wollen es ja praktikabel. Und was findet sich vor jeder Haus- oder Bürotür? Ein Supermarkt. Und im Supermarkt kann man also auch gesund einkaufen? Definitiv. Da bin ich ja gespannt drauf. Ja. Gibt es da Regale, die man meiden sollte? Es gibt da bestimmt ein Regal. Das mit dem Süßkram? Das mit dem Süßkram. Mit einem Mann einkaufen, der alles besser weiß. Das ist nicht gut, das Sonnenblumenöl. Es gibt da bei Weitem ein besseres Öl. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Dumm nur, dass er auch noch recht hat. Die richtige Antwort wäre Rapsöl gewesen. Sonnenblumenöl hat zu viele gesättigte Fettsäuren. Unser Konsumverhalten ist sehr unterschiedlich. Das sieht jetzt schon so gesund aus, was wir in unserem Korb drin haben. Ja, das ist auch sehr gesund, weil wir ja die Vitamine und Mineralien brauchen. Wenn ich aber jemand bin, der viel lieber Chokolade isst, das ist auch mal gut. Hier haben wir zum Beispiel Nüsse. Die tun auch mal ganz gut, so einen Snack zwischendurch mal eine Nuss zu essen. Jetzt kommt meine Abteilung Snacks für zwischendurch in Plastikbechern. Das finde ich sehr praktisch. Das ist ja das, was man so auf Arbeit auch mal eben schnell irgendwie mit dem Wasserkocher zustande kriegt. Macht das satt oder nicht? Nein, das macht nicht wirklich im Tat satt. Das befriedigt uns für einen Moment, aber das ist wirklich ein No-Go. Diese Dinge werden uns langfristig auch unseren Stoffwechsel durcheinander bringen und bescheren uns Krankheiten, die wir alle nicht haben möchten. Nach einer Stunde Unterricht am Objekt bin ich fit. Keine Snacks in Plastik- oder Blechdosen, dann lieber Käse- oder Schinkenbrot fürs Büro. Das Brot allerdings sollten Sie beim Bäcker kaufen, kein abgepacktes. Und kaufen Sie aus der Region. Unser Lebensmittel sind sehr gut kontrolliert und das funktioniert dann auch schon sehr gut. Besser als jede Siegel? Besser als jede Siegel. Am Ende unseres Einkaufs sind in unserem Korb Lebensmittel, da braucht es nicht viel. Der Rest, liebe Zuschauer, sind Genussmittel. Das heißt, die Schokolade habe ich mir hart erkämpft. Wie mache ich jetzt aus diesen Zutaten ein leckeres Menü? Dazu braucht man einen Zauberer, keinen Koch, finde ich. Falsch, sagt Birgit Klaus von Esskultur Berlin. Wir haben einfach verlernt zu kochen. Ich glaube, dass die Menschen einen Bezug zum Essen verloren haben. Zum Beispiel durch diese Fertigprodukte. Das Essen ist immer verfügbar. Es ist im Kühlschrank, der ist voll. Da kann jeder zu jedem Zeitpunkt hingehen, Joghurt rausnehmen, aufessen. Es gibt irgendwie Snacks. Es ist ganz egal, wo ich hingehe, in der Straße. Es gibt überall was zu essen. Dieses gemeinsame Essen ist als Wert nicht mehr bei uns in der Gesellschaft vorhanden. Und das ist Koriander. Eines meiner Lieblingsgewürze. Koriander und Kartoffeln als Lebenshilfe. Als Keim für den Beginn eines wundervollen Abends. Nicht viel Butter soll da ran. Jeder Handgriff wird lustvoll zelebriert. Alles riecht gut. Das ist nicht so voll. Wir lachen, reden über Gott und die Welt und das Leben. Kochen ist gleich Kommunikation. Und damit auch Therapie gegen schlechte Laune und grauen Alltag. Gemeinsam essen ist kein Wert, den man berechnen kann. Aber man kann ihn fühlen. Wenn viele Menschen zusammen das mal erleben würden, wenn die einfach zusammen kochen würden und sehen, das geht ganz, ganz einfach. Und es sind nicht 100.000 Verbote dahinter und nicht diese ganzen, was ich nicht darf und diese Kalorien zählen. Sondern es geht einfach darum, zusammen zu kochen und zusammen zu essen. Und wenn man das erfährt, dann sieht man, dass es sinnvoll eingesetzte Zeit ist, die viel sinnvoller ist als andere Zeit, die ich vielleicht woanders verbringe, um mir etwas Gutes zu tun. Aber das passiert nicht mit jemand anderem zusammen. Und ich glaube, was sich verändern könnte, ist, wenn man gemeinsam isst, dass sich die Gesellschaft auch näher kommen könnte. So wie übrigens schon mal, vor ein paar tausend Jahren, als die Menschen am Feuer die Esskultur entdeckten. So wie übrigens schon mal, vor ein paar Jahren, als die Menschen am Feuer die Esskultur entdeckten.